Hallo und herzlich willkommen zurück zu Puzzletogether. Ja, wir listern heute. Nur am listern. Den hier, den hier, den hier eigentlich listern wir nur. Doch. Doch, eigentlich tun wir das. Hier fehlt noch ein Stückchen, ich habe gedacht, ich werde da fertig. Das ist, glaube ich, irgendwie was anderes. Da fehlt noch ein dunkler Album. Das sieht aus, wenn es hier um wo hingegangen würde. Oben war gelb. Oben war orange. Da liegen noch drei oder vier Teile. Ah. Ja. Das kreuz ist da, die Hand ist da und der Mond. Aber der ist ja eher mehr so orange. Orange. Oben. Gucken. Wo sie sind. Wo sie sind. Wer so gut findet. Das ist glaube ich noch ein Mondteil, da bin ich ehrlich gesagt nicht so sicher, ob das ist. Das ist ein Mond, das hier, das da auf jeden Fall auch, das hin, das, 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 das. Aha. Das ist der untere Ecke. Ja, das ist der Kurs. Das scheint wohl kein Mondstück mehr zu sein. Dann packen wir es mal kurz weg. Das sieht aus wie ein Mondstück. Das passt hier nirgendwo mit rein. Ja, ist doch schwarz. Das ist ja viel zu dunkel. Das ist hier zu dunkel. Das hier ist doch noch so hell leuchtend. Wenn ich Decke 10 und die Frisur sitzt. Das sieht alles so hell aus. Nach Farben sortieren. Das ganz helle Rohbau. Das ist ja auch ruhig. Toll. So, warte mal. Nach Farben sortieren. Das helle. Da drüben. Danke. Oh nein. Jetzt. Doch nicht nach schwarz. Warum sortierst du jetzt nach schwarz. Du blödes. Nein, das ist alles gut. Hast du auch einen Mond? Hast du auch einen Mond? Ich auch. Sehr schön. Wo zum Hänker gehört hier den Patent? Oh. Da ist so ne Mondecke. Bub. Die, 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 die. Aha. Also oben ist alles was relativ hell ist. Das ist vielleicht ein bisschen zu hell. Blau, 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 blüte, entziehen. Super. Lauf gerade. Fett. Ich habe nur den kleinen Mond. Die, 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 die. Aha. Lass uns mit diesem roten Hintergrund. Da kann man ja super gut puzzeln. Ich meine für mich nicht beschwert. Doch, eigentlich finde ich das. Ne, das ist bloß rot auf rot. Das ist ein bisschen. Ach. Man muss das rein. dann kann man wie zu besser was sehen da verschwinden die teile nicht einfach so spurlos nein macht auch nix könntest du vielleicht gut sein du könntest eigentlich auch gut sein könnte alles gut sein hier alles doch ist doch nicht gut dann von uns blüht dddddddd das ist keine ecke vom mond das ist irgendwas anderes aber nicht das was das sein soll So, wo sind jetzt meine Ressig-Moon-Teile? Ach, hier war orange. Yay. Ich glaube, das ist für Tun, das ist glaube ich gar nicht Moon. Was stimmt denn nicht mit dir? Das glaube ich auch, eindeutig. So, fast fertig. Eindeutig. Ein Teil noch. Obwohl sie sind. Vielleicht hier mit zwischen. Ne, das ist ja immer gelb. Ach, hier. Yay. Mute schon mal fertig. Hub, hub. Das ist eben so ein bisschen dunkler. Ein bisschen. Aha. Da. Aha, 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 aha. Hm, ich kann nicht mehr heute. Wo ich schon mit das Puzzle heute nachmittag gemacht habe. Ha, aha, aha, aha. Die, 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 die. Uh. Oh, sie sind zusammen gepuzzelt. Nice. Und das. Das. Ah, okay. Das ist irgendwie ein Finger oder sowas. Das ist glaube ich auch ein Vogel oder sowas. Das. Ah, da. Das ist auch ein Vogel. Das ist ein Vogel. Das ist ein Vogel. Gerinder. So. Der kommt dann noch mit hin. Das. 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 Das ist ein Vogel. Ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich ein Vogel ist. Das ist noch Vogel. Jetzt hast du total im Verstand verloren. Jetzt ist es soweit. Jetzt können wir sie gleich erliefern. Das ist ein Ast. Der muss wahrscheinlich irgendwo da rüber. Das sieht aus wie so ein Finger. Aber nicht. Ich habe keine Ahnung, Mäusepups, keine Ahnung. Das sieht zu hell aus. Vielleicht da irgendwo mit hin, packen wir es mal noch da. Was könnte hier denn noch Vogel sein? Ich brauche einen Vogel. Ja, aber der ist gar nicht verfügbar. Da kann ich mir das Pause. Ja, so eine Stunde ist er wieder erreichbar. So viel Rot. Es ist einfach so viel Rot. Es ist irgendwie zu hell. Es ist zu dunkel für die andere Seite. Packen wir es mal beiseite. Das ist jetzt noch sehr hell und das hier auch. Das ist auch noch sehr hell. Mama, ich hatte einen richtigen Durchfallmann. Das glaube ich. Das richtigen Durchfallmann? Ja. Alles wird schwarz. Ich möchte keine Einzelheiten wissen, bitte. Warum müsst ihr das dann auch mal gleich so erzählen? Ja. Ah. Der ist aber wieder ein bisschen zu dunkel. Ah ne. Passt. Passt, würde ich sagen. Passt. Der ist noch sehr hell. Der ist noch sehr hell. Der ist noch sehr hell. Der hier. Der hier. Der hier. Der hier. Der hier. Der hier. Der. 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 ja ich möchte es nicht genau aus tapizieren man nehmen meistens vielleicht vielleicht wir haben wir hier oben irgendwie warum passt du denn nirgendswo ja wahrscheinlich da passt er gut weil zwar der andere aber gut wohl so unbeschwerend ich glaube du bist er mit das hier und du da hallo dabei muss da du musst irgendwo nach da anscheinend muss er doch nicht da gut schön dass wir darüber gesprochen haben richtig toll so 2 Bis zum nächsten Mal.